und halli hallo liebe leute ich bin also mich jetzt mal so jetzt gleich und quasi talk videos ja ich habe mir einfach mal gedacht ist mal ein kurzes video es wird wahrscheinlich ein short video wir gerade mal hier seht dieses alte game es kam ja 1997 raus und es hat einfach im game menü über 2000 fps heftig oder oder ja und jetzt schon mal wenn man das game startet wie viel fps wir dann haben gut jetzt haben wir noch über 700 fps oder sogar an die 800 fps krass also das ist echt heftig alter wow short würdig short würdig naja eine minute anstatt unter eine minute egal ich bin raus